So, also das ist meine dritte Trainingseinheit in der Kalfo Lodge mit Kevin, der gerade die Kamera hält, deswegen ist er nicht im Dorf, da ist er, guck, guck, Kevin. Ein sehr sympathisch junger Mann, der genau weiß, was er will, nämlich mich fett machte für Radio Hamburg Top 822. Ich war heute schon auf dem Laufband eine halbe Stunde, 20 Minuten auf dem Stepper, habe gymnastische Übungen gemacht, habe Hand hingeschwemmt und jetzt ludere ich noch um mein Leben. Und zwar schon 1.000 Meter und ich sage mal ganz vorsichtig, das ist der Kompromiss, ich bin schon bei 900 angelangt und das sieht total einfach aus, aber das geht ins Gebäck und zwar in jede einzige Muskelgruppe. Aber genau deswegen bin ich ja hier, ich will mich schon fit machen, damit ich dann die 65 Stunden nonstop ohne Probleme hinkriege und nochmal schön durchziehen. 1, 2, 3, 4. Ja und ganz wichtig ist, dass man einen Shard anhat, das dieselbe Phase hat, wie das Gesicht. In dem Sinne, ich gebe noch ein bisschen Gas und bin schon gespannt auf meine nächste Trainingsanhaltung.